Covid-19 und das Coronavirus bereiten im Moment vielen Menschen große Sorgen und lassen einige Patienten zögern, eine notwendige neurologische Akutbehandlung oder Rehabilitationsbehandlung anzutreten. Diese sollten jedoch auf keinen Fall verschoben werden, weil sie wichtige Weichen für den zukünftigen Krankheitsverlauf stellen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir die Rehabilitationsbehandlung auf gewohnt hohem Schmiederniveau unter maximalen Sicherheitsbedingungen anbieten können. Wir haben die Therapieabläufe bereits seit März an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts und der Behörden angepasst und die Regularien zum Teil sogar weit übertroffen, sodass die Behandlung mit maximaler Sicherheit stattfinden kann. Nach einem kurzen Aufenthalt auf der Aufnahmestation werden zwei Abstriche zu ihrer Sicherheit durchgeführt. Währenddessen beginnt bereits die Rehabilitationsbehandlung in gewohntem Maße. Wir sind seit 70 Jahren gerne für Sie da und freuen uns auf Sie.